Ich glaube, das größte Geschenk, was Richard Bandler und John Gwinder der Welt gemacht haben, ist, dass sie ein verlässliches Tool entwickelt haben, um Menschen die Ängste zu nehmen. Also die Fast Phobia Cure ganz konkret, die visuelle Fast Phobia Cure, also Kinotechnik, die Sequenzierung, mit der man auch Ängste auflösen kann und nicht zuletzt auch die kinesthetische Fast Phobia Cure. Und das ist die Magie. Das ist so unglaublich, wenn Menschen ihre Ängste verlieren. Meiner Meinung nach ist unser Gehirn eine Zielerreichungsmaschine. Wir füttern unser Gehirn mit Daten, in diesem Fall Bilder, Variments, Kanäle, das, was ich fühle, rieche, höre, schmecke. Und in dem Moment, wo ich es gefüttert habe, fängt es an, alles in Bewegung zu setzen, auch meinen eigenen Körper, falls das nötig ist, um mich dorthin zu bringen. Weil alle, oder nicht alle, aber viele unserer Teilnehmer können bestätigen, es gibt eine Formel für Glück, wenn man wirklich glücklich sein will. Ich würde die heute Cappuccino-Strategie nennen, aber ist auch egal, wie man die nennt. Konzentrier dich darauf, dass du glücklich sein willst. Was bedeutet für dich glücklich sein? Und woran würdest du merken, dass du glücklich bist? Und wenn du dich dann darauf konzentrierst und malst das und zeichnest das und stellst es dir immer wieder vor, dann wird es wahr werden. Und die kommen halt in diese Seminare und die nutzen das Modell von NLP, um die Ängste zu überwinden und ihre Träume zu erschaffen. Und es ist einfach ein Traum, dass wir diese Menschen unterstützen dürfen. Einfach klasse.